Eteri kommt aus Georgien und kommt als Au-pair nach Lüneburg und lebt dann hier in einer Familie und lernt hier aber nebenbei ganz viele andere tolle Leute kennen, lernt die deutsche Kultur kennen und was halt dazu gehört, wenn man in ein neues Land kommt und die Sprache zwar kennt, aber die Kultur noch nicht. Es ist halt sehr spannend, Eteri zu spielen, weil sie sehr zielstrebig ist und sehr neugierig und deshalb erlebt sie auch sehr viel und eckt hier und da vielleicht auch irgendwo an, weil sie einen sehr starken Charakter hat. Aber sehr viel will ich noch nicht verraten, weil es sollen ja auch alle einschalten. Erster Drehtag war sehr lang und gleichzeitig auch sehr schön. Ich habe viele neue Menschen kennengelernt und es war einfach sehr herzlich und ich habe mich wirklich sehr gefreut und mich sehr wohl gefühlt hier am Set und ja, so ist es jetzt immer noch. Ich habe mit Theater angefangen und ich wollte Menschen berühren, ich wollte was hinterlassen, ich wollte mich unbedingt auch mal in andere Menschen hineinversetzen und andere Charaktere mal spielen und jemand anderes sein, auch mal sein eigenes Leben so ein bisschen verlassen und in ein neues Leben hineinschlüpfen. Das hat mir sehr großen Spaß gemacht von Anfang an und ist jetzt auch immer noch so und wird wahrscheinlich auch immer so bleiben.